Herzlich Willkommen du Völkerfänner draußen. Ja schön, dass du zu deiner Drohne die Völker eingeschalten hast. Äh, Gesetz. Du investierst nichts in Forschung. Ja, noch nicht. Ja, komm. Okay, äh. Ihr hattet ja zu mir gesagt, äh, in einem Kommentar, ich kann einfach so... Einfach so kann ich... Äh, ja, die... Äh, die, die Dingens hier, hier, die Eisenminen hier an den Berg setzen, ohne, was ich jetzt mal testen werde dann. Oh, hier läuft ein Pimmon rum, oder? Ja. Ei, gute Jungs, na wie? Eine Stadt wird angegriffen. Hä, ist das gerade euer fucking Ernst, Alter? Ausbildung abgeschlossen. Ein Gebäude ist fertig. Gebäude wurde abgerissen. Äh, hä. Okay. Gebäude wird errichtet. Wollt ihr mich verarschen? Was? Was? Really, man? Du investierst nichts in Forschung. Wir gehen mal weg ein bisschen. Okay, ich habe keine Ahnung. Ausbildung abgeschlossen. Ein Rathaus wird angegriffen. Oder was mir halt vorstellen kann, dass wir vielleicht... Ich habe keine Ahnung, ich weiß, vielleicht eine Schote irgendwie mal die Map absuchen, absuchen, absuchen. Irgendwie so vielleicht? Oder Moment mal, Moment mal, wir starten nochmal neu. Vielleicht dann zwei Späheren. Ihr verpisst euch mal hier hoch. So vielleicht. Was soll man machen? Oder halt so eine Königin. Das ist so eine zweite Stadt. Aber das heißt ja in die erste Stadt, ne? Ausbildung abgeschlossen. So, da laufen wir mit der mal hier hoch. Weil was soll man sonst tun? Ich habe keine Ahnung sonst. Ja, da kommen die nämlich schon, die Jungs. Aber was. Aber was anderes fällt mir gerade nicht ein. Eine Stadt wird angegriffen. Vielleicht irgendwie verkrümeln. Und hoffen, dass wir irgendwie diese Schokobohnen kriegen. Das Gebäude wurde abgelissen. Das Gebäude wurde abgerissen. Ich bleib hier, Mann. Das ist doch ein reiner Selbstmord, was sie hier fabriziert. Ja, ich kann da gerade auch nichts tun. Das ist so eine Riesen-Map. Wer das nur weiß, in welche Richtung wir müssen. Ja, da ist nirgendwo was. Was ist das? Dieses scheiß Kreuz. Super Ziel, ey. Okay. Na komm. Ah, bisschen Zeitdruckhammer. Ein Rathaus wird angegriffen. Irgendwie habe ich so das unjude Gefühl, dass wir es, oder das jude Gefühl, dass wir es hier irgendwo hin finden. Vielleicht auch bei den Pimmons hier. Oder bei den Pimmons, Entschuldigung. Nein. Wie? Wie? die hätten ja auch irgendwie meine angabe machen können hier nordöstlich oder so wie viel zeit haben wir noch fast halbzeit nah das sind so okay jetzt mal really ein rathaus wird angegriffen aber jetzt mal wie sollen wir das machen was steht hier auftrag lesen in deiner ersten stadt eine kakao ok wir haben nicht mal eine kaserne gebäude wird errichtet also was jetzt bauen können eine botschaft botschafterin vielleicht damit eine zweite cd hier hoch irgendwie das ist jetzt so das einzige was mir gerade einfällt die haben ja keine botschaft oder ist ja keine botschaft gesehen was anderes fällt mir gerade nicht ein weg weg davon eine stadt wird angegriffen ausbildung abgeschlossen dein volk freut sich über eine neue stadt ein gebäude hat seinen betrieb aufgenommen gebäude wurde abgerissen gebäude wird errichtet gebäude wird errichtet du hast keinen baumeister du hast keinen baumeister moment 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 ja da müssen wir es nochmal starten moment gar nicht so eine dumme idee spielneu beginn ja und zwar wir brauchen nur so eine dame der rest geht man hier hoch ist gar nicht mehr so dumm ein gebäude hat seinen betrieb eingestellt dann nochmal weg so wir müssen ja nur das rathaus erstmal irgendwie treffen so das heißt wir nehmen die mal mit und wir verkrümeln uns und wir verkrümeln uns können die von mir aus da rum eine stadt wird angegriffen hantieren wie sie wollen dein volk freut sich über eine neue stadt ein gebäude hat seinen betrieb aufgenommen so dann wollen wir uns hier mal eine schule hin und da hauen wir dann die rein und da hauen wir die nämlich da rein gebäude wurde abgerissen ein rathaus wird angegriffen viel spaß gut dann machen wir uns nämlich ein paar jäger weil wir müssen irgendwas tun ein gebäude ist fertig so und dann hätte ich die umgeschult wurde abgerissen ah mann 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 ja nicht schlimm nicht schlimm Ausbildung abgeschlossen so die hauen wieder ab die hauen wieder ab ok 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 Ausbildung abgeschlossen ja obwohl haben wir da nicht einen fehler gemacht oh moment moment wir testen es mal anders da spieladen so zack ein gebäude hat seinen betrieb eingestellt so verkrümelt euch mal dem gebäude fehlt ein betreiber ich will mal so testen das ist jetzt eine reine testrunde das ist nur rum getestet ich will die mal alle weg machen dann ist es vielleicht gar nicht mal nötig dass wir eine neue stadt gründen wir verpissen uns einfach wenn wir wiederkommen können wir alles wieder aufbauen wenn wir dann wenn wir dann wenn wir dann können wir eine neue schule bauen wenn wir dann eine bauarbeiterin dann lassen wir die mal rum rum hantieren und rum spaßivieren hätte ich gesagt lasst sie kaputt machen denken die denken die eine stadt wird angegriffen natürlich wenn das wenn das nichts bringt weil die haben ja alles kaputt gemacht aber jetzt sind sie gerade haben sie sich verkrümelt ne hä aber die verkrümeln sich ja jetzt gerade schon wieder jetzt ist meine frage kommen kommen die wieder dem gebäude fehlt ein betreiber dem gebäude fehlt ein betreiber dem gebäude wird errichtet so in forschung ein gebäude hat errichtet seinen betrieb aufgenommen aber ich weiß es nicht mehr gesetz wahrscheinlich nur so gehen wir sammeln jetzt hoffen wir dass sie nicht mehr kommen wenn da können wir mal über speichern wenn es ist wirklich am nicht sicher ja dann ist es wirklich am besten wenn man eine zweite stadt errichten wir wissen jetzt ungefähr wo die sind wir wissen dass es richtig heavy wird das heißt also wir müssen wir müssen erforschen wir müssen agieren aber so was von das heißt doch ziemlich schnell ausbildung abgeschlossen ja man muss halt auch manchmal bei so strategie spielen mal testen obwohl ist eigentlich egal der weg ist in beiden seiten lang so dann die forschung hochknallen wie sonst was weil wir brauchen so schnell wie es geht soldatinnen so zwei wohnhäuser glaube ich erstmal hinknallen gebäude wird errichtet dass wir irgendwie mal und so schnell wie es geht in der polizei holen können dass wir keine kriminellen kriegen das ist mir irgendwie wichtig ausbildung abgeschlossen so müssen die pimmons dann irgendwie killen und klein halten weil die sind uns ja ziemlich aggressiv heute ist fertig okay perfekt ja wie gesagt gesetz aber ich habe echt keine ahnung mehr wie ich weiß ihr meint immer aber noch einen zweiten bauarbeit darin ja aber ich kann mir schon wieder ja dann ist es scheiße ausbildung abgeschlossen eine stadt wird angegriffen scheiße ja dann ist es am besten ja das beste erstmal wird es sein die opfern wir oder dass wir erst mal forschen wir opfern sie dass sie wenigstens schon ein bisschen vorankommen ausbildung abgeschlossen ja alles andere macht keinen sinn alles andere macht keinen sinn eine stadt wird angegriffen wenn wir uns immer auf das sack gehen macht das wirklich keinen sinn gehen wir hierhin dein volk freut sich über eine neue stadt ein gebäude hat seinen betrieb aufgenommen dann benutzen wir das sollten vielleicht nur zum forschen je nachdem wird errichtet gebäude wurde abgelassen ein rathaus wird angegriffen irgendwie auch so random was sie tun ist und hier So, kommen wir an. Dann geht ihr mal hier hin. Ja, vielleicht haben sie gleich keinen Bock mehr. Können wir mal schauen. Äh, Schule. Wir brauchen Holzfäderin. Jägerin, machen wir so. Vielleicht hauen sie wirklich gleich ab. So, wenn sie merken wird, da geht nichts. So, ihr bedient euch hier mal. Ah, lasst uns doch in Ruhe machen. Das ist irgendwie so ein bisschen random, ne, was die machen. Ausbildung angeschlossen. Jetzt sind sie wieder komplett da. Ein Gebäude ist fertig. So. Ein Rathaus wird angegriffen. Gebäude wird errichtet. Gebäude wurde abgerissen. Ausbildung abgeschlossen. Können wir nicht einfach gehen. Dir fehlt Holz. Ja, oder wir müssen halt nochmal laden. Ja, das macht sonst keinen Sinn. Weil ich habe irgendwie... Ne, das war das Falsche. Boah, das ist eine halbe Stunde wirklich nur rumprobieren bei dieser Mission. Äh, hier, die auch raus. Äh, erst mal... Das hat die provoziert, dass die noch da war. So, hier mal bitte alle hochgehen. Ja, das macht alles sonst überhaupt keinen Sinn. Wir müssen das so machen. Wirklich, das geht nicht anders. Und dann hoffen, dass die wieder abhauen. Ausbildung abgeschlossen. So, die lassen uns ja jetzt dann gleich in Ruhe, oder? Lasst uns einfach in Ruhe, Kinders. Eine Stadt wird angegriffen. Dein Volk freut sich über eine neue Stadt. So, direkt Schule gönnen. Ein Gebäude hat der Betrieb aufgenommen. Gebäude wird errichtet. Ja, könnt ihr jetzt nicht abhauen. Ich meine, es ist doch keiner da. Ist irgendwie auch random, was die machen, ne? Ich dachte, es hat so ein bisschen System, aber irgendwie hat es gar nichts. Gebäude wurde abgerissen. Ein Rathaus wird angegriffen. Hä, so irgendwie gefühlt machen sie gar nichts, ne? Also, so gefühlt machen sie immer was anderes. Muss man nicht verstehen, ne? Hau doch einfach ab. Äh... Gebäude wurde abgerissen. So. Könnt ihr nicht einfach abhauen? Ja, das... Okay, wir müssen jetzt so schnell wie es geht irgendwie die da weglotsen, ne? Gut, wir haben ja noch ein bisschen... Hä, wir müssen mal testen. So, irgendwie... Äh, wartet mal, was ich noch testen will, ist, wenn wir jetzt hier speichern. Ja, auf Shipman Kampf ist ja egal. So, und das wird abgerissen. Wir haben dann die Mission verloren. Haben wir dann die Mission verloren? Ach, die Arschgeigen kommen direkt zum nächsten. Okay. War ja nun mal ein Test. Haut doch ab. Haut doch, verpisst euch doch einfach. Habt ihr doch vorhin nicht auch gemacht. Einfach gegangen. Ihr seid doch einfach zweimal gegangen. Ausbildung abgeschlossen. Gebäude wird errichtet. So, erstmal irgendwie essen hier. Gehst auch mal da rein. Ausbildung abgeschlossen. Dir fehlt Holz. Gehst. Crazy shit, ey. Okay. So saves sind wir dann doch nicht, ne? Hä? Okay. In einer Stadt wird die Nahrung knapp. Du Arschloch. Ein Rathaus wird angegriffen. Ausbildung abgeschlossen. Total crazy, ne? In einer Stadt herrscht Hungersnot. Ah. Ich meine, das ist eh egal. Ich meine, die wird ja eh kaputt gemacht, ne? Ein Gebäude ist fertig. Deine Bevölkerung wünscht sich eine Kriegertafel. Okay, gesetzt. Hier ist nichts in Forschung. Aber jetzt volle Lotte. Vielleicht sind wir jetzt so abgelenkt. Vielleicht sind die wirklich so abgelenkt, dass sie die vielleicht hochgepusht kriegen. Dann haben wir vielleicht ein bisschen Zeit. Ein Rathaus wird angegriffen. Okay, dann schnappen wir uns mal ein bisschen Zeit. Das Problem ist, wir können nicht mal einen Jäger engagieren, ne? Forschung abgeschlossen. Dann wollen wir uns nicht einen Jäger holen. Zeitung, ich habe keine Ahnung, wo wir die Kaserne kriegen. 5.000, okay. Forschung abgeschlossen. Sehr gut. Marktplatz. Ah, wo kriegen wir die Kaserne her? Ja. Vor allem das andere ist halt auch wieder Kaserne hin oder her, ne? Wir brauchen auch irgendwie die Soldatinnen. Ich werde die Kaserne, glaube ich, hier hoch bauen. Ein Rathaus wird angegriffen. Ja, es läuft, es läuft. Wir kriegen es vielleicht irgendwie hin. Forschung abgeschlossen. Kaserne, da haben wir sie doch. Okay, das nächste Mal eigentlich direkt Marktplatz. In einer Stadt herrscht Hungersnot. Das ist total random, was sie hier fabrizieren, die Jungs, ne? Ja. So, 46, come on, come on, come on. 51. Knüppel die Scheiße hoch, man. Deine Bevölkerung wünscht sich eine Kriegertafel. Ja, perfekt. Wenn der Mann die Ce Pie fördert, majorlande Kaserne, ne? Ja, perfekt. Jetzt gehen wir die Kaserne. Ja, sonst wäre es da. Das war eine Kaserne. Die Kaserne, die eine Kaserne ist eben aufgeladen, die eine Kaserne. Wir brauchen die Kaserne, die ein paar Kaserne. Wie geht es so? Ja, aber das Teile. Ich war das überall. Das war die Kaserne. Wenn das Kaserne nehmen, was die Kaserne nehmen, was die Kaserne nehmen, werfen, Ich war das Kaserne nehmen. Umkaserne, das aber nicht gut. ich wollte nochmals nur zeitgewinnen ein rathaus wird angegriffen ich wollte einfach nur zeitgewinnen in einer stadt herrscht hungersnot so motivation irgendwie hoch kriegen dass da wenigstens noch ein paar rauskriegen kommen ausbildung abgeschlossen das ist nervig schnell viel schnell ja da kommen wir zu schnell zu weh also da kommt zu wenig raus wir müssen eigentlich da wahrscheinlich da wirklich darauf bauen dass die nicht wiederkommen deine bevölkerung wünscht sich eine krieger tafel und da kommt auch so eine raus hast du scheiße am stiefel hast du scheiße am schuh so stiefel schuhe das selbe zieht man über den fuß man 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 okay die mission ist nicht ohne ein rathaus wird angegriffen ja das müssen wir wahrscheinlich noch mal machen ein gebäude hat seinen betrieb eingestellt wir hoffen jetzt einfach so wie die ganze zeit dass sie einfach wieder abhauen so wie es beim dritten oder vierten mal gemacht haben einfach weg mit euch einfach weg jungs dem gebäude fehlt ein betreiber dann schule gebaut wohnhaus brauchen wir nicht mal schule gebaut und direkt und dann direkt hier so was verpisst euch einfach man eine stadt wird angegriffen es ist halt wirklich total random ne ob die jetzt angreifen oder nicht ne das erste mal sind sie auch abgehauen ne oder ne ne hey warum können wir die nicht setzen hallo ah spiel danke dein volk freut sich über eine neue stadt so hat seinen betrieb aufgenommen dann haut man hier eine schule hin so dann holen wir uns halt die zeit die wir brauchen dem gebäude fehlt ein betreiber dem gebäude fehlt ein betreiber dem gebäude fehlt ein betreiber gebäude wurde abgerissen oh die gehen auf die drauf ne ein gebäude ist fertig nein gebäude wird errichtet da ist jetzt bestimmt eine von den anderen reingerannt ne von den zwei trägerinnen ja ist auch so ne mist vor lauter lauter langsam betrieb eingestellt kennt man es auswendig ich habe keine ahnung aber ja es geht es geht nicht anders da ne es kann nicht anders da gehen das ist gar nicht mal so dumm ne auch mit der aktion dass wir dann die angreifen ausbildung abgeschlossen hier haben wir halt den vorteil deswegen würde ich gerne in der nähe bleiben ich weiß noch nicht die fühlen das doch die jungs ne eine stadt wird angegriffen so dein volk freut sich über eine neue stadt die machen die machen eh was sie wollen ne so dann haut das mal hier hinten hin und dann als erstes den marktplatz forschen gebäude wurde abgerissen ja haut doch ab keiner mag euch ey hier hinterhelligen schweine vor allem ich dachte so ja ok komm kriegst du schnell ne suchst du das ding und gut ist aber dass sie es so schwer machen vor allem da auch nochmal so mage sinn hauen ne ihr könnt mich mal spielen man ihr könnt mich mal ein gebäude ist fertig so direkt mal vier stück hier rein gebäude wurde abgerissen das meine ich halt auch das ist total random was die hier fabrizieren ne so wenn jetzt volle lotte auf die drauf gehen dann machen wir drei und eins weil wir haben vier stück drin ne so damit wir es nicht immer wieder von vorne machen müssen gucke ich hier lp nicht so sicher zurück zum spiel und dann hätte ich gesagt wir schicken die mal zum bauen hin dass wir ein bisschen zeit kriegen ne weil die stoppt es ja so ein bisschen einfach dass wir mehr zeit haben ausbildung abgeschlossen schade dass nicht alle kämpfen können ein rathaus wird angegriffen das gute ist wir kriegen krieger wir kriegen damen ausbildung abgeschlossen die uns helfen können gebäude ist fertig so du bist bitte hier ein gefehlt ein betreiber das hat irgendwie schön ein gebäude hat seinen betrieb aufgenommen gebäude wird errichtet hier noch du investierst nichts in forschung habe ich doch aber falsches dorf wahrscheinlich ne ja wie gesagt dann haben wir ein bisschen zeit wir kaufen uns gerade ein bisschen zeit wir kaufen uns gerade einfach ein bisschen die zeit das ist gut so ist auch nicht so verkehrt dass da mal einer rauskommt damit er auch noch mal ein bisschen das ist so heftig hier ja ich mache die mission jetzt auch ein bisschen länger weil das ist ja heftig sind ja besondere umstände hier ausbildung abgeschlossen okay ja wie gesagt ja die kloppen ist ein bisschen langsamer runter perfekt ein rathaus wird angegriffen ja ich hätte gern noch mehr gemacht aber ja komm erst mal egal jetzt kriegen wir hier so dann machen wir das gesetz als nächstes ein gebäude ist fertig ach nee wir brauchen es doch alles spiel warum tust du mir das an okay wir haben noch nicht mal halbzeit alles klar wir sind safe erstmal sechs tausend zwei hundert in einer stadt herrscht woher aber das frage ich mich jetzt auch woher wissen die das denn dass wir gleich eine kaserne bauen beziehungsweise dass wir dann soldatinnen besitzen woher wissen die das sobald wir die kaserne haben erstmal stoppen die forschung 5.000 wir haben gleich die hälfte kommen schade dass die träger halt nichts machen können gebäude wird errichtet ja wir bauen wenigstens noch eins so dass wir halt keine unzufriedenheit kriegen deswegen alles gut in einer stadt wird die nahrung knapp schade um forschung abgeschlossen kaserne da haben wir sie doch ok bei 4500 gucken dass wir alles essen da rein kriegen erst mal bei jägerin können wir uns nicht holen das ist halt die bleibt jetzt mal hier oben mensch kinders wir bauen die kasern aber auch in die letzte ecke das problem ist die in einer stadt herrschreifen uns halt sinnlos wieder an das ist halt wieder das andere da wird wieder sinnlos angegriffen deshalb wieder das andere eine sinnlose angriff dann sehr gut ein rathaus wird angegriffen so kasern ist bei 53 3800 so ihr hört jetzt mal auf nahrung zu sammeln ihr bringt das jetzt mal hier weg geht halt gerade nicht anders denn wir brauchen das jetzt gleich für die kaserne ich weiß halt nicht ob das so die ballern dich halt um und dann gehen sie halt ist fertig dann macht die forschung zu ende los forschung abgeschlossen sehr gut dann können wir jetzt eine kaserne hierhin ballern gebäude wird errichtet eine sammelt noch essen perfekt dann kriegen wir da keine kriminalität dann können wir die fünf hier in einer stadt wird die nahrung knapp okay in einer stadt herrscht hungersnot ihr geht mal hier hinter ganz normales wird angegriffen hintergehen wünscht sich eine krieger tafel so was haben wir denn hier noch da ist noch eine drin perfekt weg da für ein bisschen stumpf machen dass die alle weg gehen bildung abgeschlossen sehr gut das sehen die ja gar nicht ja doch jetzt ein gebäude ist fertig perfekt geht mal da rein ausbildung abgeschlossen du hast keine freien träger was so dann bringt den kram hoch los in einer stadt herrscht hungersnot Ein Rathaus wird angegriffen. Ja, aber ich weiß, ja, das ist... Das ist ein Rathauskeeper. Jetzt kommen sie hoch, ne? Ja. Ausbildung abgeschlossen. Oh. Wie ist das? Jetzt ist die Mission vorbei. Egal unsere Chance. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt gut ist, schlecht ist, egal. In einer Stadt herrscht Hungersnot. Den kleinen Außenposten schnell. Ausbildung abgeschlossen. Dann würde ich sagen, mach mich hier in der nächsten Folge weiter, weil ich kann gerade echt nicht mehr.